Ab wann kann man Gurken ins Freiland oder ins Frühbett setzen? Prinzipiell kann man dies bereits ab Mitte März im beheizten Frühbett machen. Also wenn ihr ein beheiztes Frühbett habt, könnt ihr die Gurke schon in einem beheizten Gewächshaus bzw. in einem beheizten Frühbett aussehen. Ansonsten erst Mitte Mai ins Freiland setzen. Ich habe jetzt hier eine Gurke mal ins Frühbett gesetzt, um zu testen, ob diese kommt. Wir haben jetzt Mitte April, es ist eigentlich noch zu früh, aber das Frühbett befindet sich in einem Hochbett. Von daher könnte das schon klappen. Wenn euch interessiert, was aus der Gurke geworden ist, schreibt es mir in den Kommentaren. Ansonsten lasst ein Abo da auf ZUSCH im Garten.